Breaking News! Hongkong hat ein Bitcoin und Ethereum ETF genehmigt. Wie reagiert der Markt auf diese mega bullishen News? Werden wir Opfer einer Bullshap? Das und noch vieles mehr besprechen wir heute im Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Crypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Leute, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Wochenende, trotz der ganzen Strapazen. Es ist ja wirklich viel passiert. Viel hat mir tatsächlich ja auch gestern schon geklärt. Hatte mir extra meinen Sonntag für das super lange Notfallvideo für euch freigenommen. Hoffe es hat euch etwas gebracht und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt nochmal an. Habe da ein paar richtig nice Altcoins drin. Auf jeden Fall denkt auch dran ein Like und Kommentar für den Algo da zu lassen. Würde mich mega freuen, wenn wir bald die 4000 Abonnenten knacken würden. Und dann gibt es wie versprochen auch ein Gewünnspiel als Dankeschön. Also fleißig liken, kommentieren und auch gerne teilen, wenn ihr mögt. Dann lasst uns aber auch direkt mit einem kleinen Marktüberblick starten. Und wie man hier sehen kann, sind viele Coins wieder richtig schön gebounced. Ein paar der größten Gewinner sind unter anderem Core, Ondo, Render und Zback Protocol. Alle, die den Dip dazu genutzt haben, sollten ein paar Altcoins zu akkumulieren, sollten schön im Gewinn sein. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich Bitcoin heute verhält und ob wir wieder rejected werden oder doch weiter nach oben steigen werden. Lasst uns dazu aber mal diesen Chart hier anschauen. Und dieser zeigt uns, auf welchem Level sich die Spot Order Box befinden. Denn schließlich sind es die Spot Positionen, die den Markt leiten. Und jedes Mal, wenn wir hier unten ins Grüne gedippt sind, konnten wir einen richtig schönen Preis ein Stieg verzeichnen. Und tatsächlich haben wir auch superbullische News zum Start der Woche reinbekommen. Denn wir hatten uns ja schon letzte Woche darüber unterhalten, dass Hongkong in Betracht zieht, ein Bitcoin-Spot-ATF zuzulassen. Und tatsächlich hatten sie es scheinbar ziemlich eilig und haben dies nun heute genehmigt. Und nicht nur das, sie haben ebenfalls direkt ein Ethereum-Spot-ATF genehmigt, was natürlich mega bullish ist für Ethereum. Diese positiven Nachrichten haben sich dementsprechend natürlich auch positiv auf den Preis ausgewirkt und werden sich sicherlich auch in Zukunft positiv auf den Preis weiterhin auswirken. Scheinbar wollten sie es wirklich unbedingt noch vor dem Halving genehmigen, um den Investoren die Möglichkeit zu geben, noch vor dem Halving in Bitcoin investieren zu können. Denn die Zeit läuft langsam aber sicher ab. Es sind nur noch etwas mehr als vier Tage bis zum Halving. Und wenn wir uns diese Chart mal anschauen, dann sehen wir, was die letzten Male bei den Halvings passiert ist, schön veranschaulicht. Für alle, die neu dabei sind und vielleicht nicht wissen, was denn das Halving ist. Und zwar halbiert sich da nicht der Bitcoin-Preis, auch wenn es manchmal so rüberkommt, weil wir danach oft ein Sell-Off erleben. Sondern die Rewards, die die Winner für die Arbeit bekommen, werden um die Hälfte reduziert. Sprich, im Moment bekommen sie 6,25 Bitcoin. Und nach dem Halving sind es dann nur noch 3,125 Bitcoin. Jetzt ist das Halving im Großen und Ganzen trotzdem positiv für Bitcoin, auch wenn wir kurz danach einen Abverkauf erleben könnten. Denn wenn wir uns diesen Chart hier mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin 365 Tage nach dem ersten Halving einen Anstieg von 8.069% verzeichnen konnte. Nach dem zweiten Halving waren es 284% und beim dritten Halving waren es ganze 538%. Interessant dabei ist auch, dass wir vor dem Halving einen Anstieg von 385, 142 und 37% verzeichnen konnten. Dieses Mal können wir jedoch schon einen Anstieg von über 358% schon vor dem Halving verzeichnen. Was deutlich höher ist als die letzten Male. Wir dürfen also gespannt sein, wie hoch wir dieses Mal nach dem Halving steigen werden. Jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass wir oftmals nach dem Halving einen Abverkauf sehen konnten. Und dies ist natürlich vollkommen im möglichen Bereich. Im Großen und Ganzen halten wir uns im Moment noch in dieser Parabolenkurve für Bitcoin, laut der wir bald wieder nach oben hin ausbrechen sollten und am Ende die 180.000 Dollar pro Bitcoin erreichen sollten. Was sagt ihr, dann werden wir bald nach oben ausbrechen oder meint ihr, wir werden in die Mit-50er korrigieren und von da aus dann weiter nach oben trennen? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und lasst mir auch gerne ein Like da, wenn ihr schon dabei seid. Wenn wir uns mal Bitcoin auf dem Weekly anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin immer noch hier in der Range konsolidiert und fürs Erste auf dem Range Low bei knapp 60.000 Dollar gebounced ist. Wir hatten dies Jahr schon vor mehreren Wochen mit unserer Konsolidierung vom Jahr 2021 verglichen. Wenn wir uns jedoch mal das Volumen ansehen, dann sehen wir, dass wir stetig steigendes Volumen verzeichnen konnten, was die bullische Konsolidierung unterstützt hatte. Für alle, die jetzt vielleicht nicht so ganz verstehen, was ich damit meine, und zwar ist es so, dass wenn der Preis nach oben steigt und auch das Volumen nach oben steigt, dass dann die Aufwärtsbewegung unterstützt wird und wir weiter nach oben trennen werden. Wenn der Preis jedoch nach oben steigt, das Volumen das jedoch nicht unterstützt und runter geht, dann bedeutet das, die Aufwärtsbewegung nicht unterstützt wird und wir höchstwahrscheinlich wieder nach unten gehen könnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir zurück zur Bitcoin-Chart springen, dann können wir sehen, dass wir einen Bruch im Volumen verzeichnen können. Und wenn wir jetzt weiter nach oben trennen sollten, dies jedoch nicht vom Volumen unterstützt wird, dann könnten wir höchstwahrscheinlich weiter nach unten gehen. Hatte euch ja schon vor längerer Zeit einen Trading-Kurs versprochen. Leider hatte ich seit fünf Wochen durchgehend Besuch von Verwandten, die sich Dubai anschauen wollten und bin da einfach nicht zugekommen. Werde mich aber nächste Woche wieder dran setzen und diesen so schnell wie möglich rausbringen. Also schnell den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, falls ihr das dann nicht getan habt, um den Kurs nicht zu verpassen. Dann lasst uns noch kurz darüber unterhalten, was denn passieren muss, damit wir davon ausgehen können, dass wir entweder wieder nach oben trennen werden oder halt wieder nach unten brechen werden. Dazu habe ich mal diese Range hier auf dem Daily eingezeichnet und den 9er und 18er Moving Average sowie auch die Midrange eingezeichnet. Und beides werden als Widerstände fungieren. Der Moving Average und auch die Midrange liegen bei knapp 68.000 Dollar im Moment. Sprich, wenn wir mehrere Tageskerzen darüber halten können, dann stehen die Chancen gut, dass wir wieder zum Range High kommen könnten. Wenn wir jedoch hieran abprallen, dann sieht das Ganze danach aus, als könnten wir weiter nach unten trennen. Werde euch diesbezüglich natürlich die nächsten Tage weiterhin auf dem Laufenden halten. Eine weitere Sache, die ich persönlich im Auge behalte, sind die Funding Rates. Dann schaut mal, jedes Mal, wenn die Funding Rates im roten Bereich waren, haben die uns einen richtig schönen Boden gezeigt. Einmal hier, hier und auch hier. Und wenn wir nun auch wieder negative Funding Rates sehen sollten, dann könnte das der Boden für Bitcoin sein. Dieser könnte jedoch durchaus in den Mid-50ern liegen. Hier hatten wir tatsächlich einmal einen roten Punkt und sind dann daraufhin wieder gebounced. Natürlich nichts im Vergleich zu den anderen in MyJSight. Besteht meiner Meinung nach immer noch die Möglichkeit, dass wir nach unten hin ausbrechen werden. Aber wir spielen das Spiel einfach Level zu Level. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Onn fürplanung ! 08% 1 Mh